Die letzte Tür zu meiner Loge kannst du nur als Jack öffnen. Das heißt, du musst einen Bio-Scan bestehen und ein Passwort mit seiner Stimme sprechen. Wenn du eines von Jacks Doubles in Opportunity töten kannst, dann kann ich dich durch die Tür bringen. Laden! Das! Ziehen Sie noch heute nach Opportunity. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht mehr brauchst. Ich muss mich einigen! Ich muss mich einigen! Ich muss mich einigen! Lass das Blut weiter fließen. 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 Eine rote Dusche für eine grausche Haus! Ich wollte ein schönes Ehlen! Noch! Einmal verschwinden! Rappest das Blut! Meiter Wies! Ich habe das Licht erblickt! 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 Wusstet ihr, dass manche Leute auf diesem Planeten so dumm und abergläubisch sind, an denen die Engel, Dämonen und antike Alienkrieger zu glauben? Wir nennen sie Banditen! Ja, das wird funktionieren! Wenn ich noch ein paar Proben von Jacks Stimme bekomme, kann ich dir einen Stimmmodulator bauen! Du musst noch mehr Stimmproben von den anderen Informationsständen besorgen! Hörte den kleinen Mann! Das ist ein Schiff! 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 Hau, bist du gemessen! Mein Service ist im Randalen! Die farbe ist im Randalen! Daten der Krämpfer wird guter. Das ist eine Anlass zu verschieben. Doppelz! Segen нужно ein paar Mal. Doppelz! Doppelz! Hey Kids, wusstet ihr, dass das Risiko, massakriert zu werden, um 80.000 Prozent steigt, sobald man Opportunity verlässt? Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wusstest du, dass du auf dem zukünftigen Standort des Opportunity Vergnügungspalast gestarrst? Richtig, für tausend Monate kann man sich dort eine Stunde lang mit einem riesen großen Abbild von mir vergnügen. Richtig, für tausend Monate kann man sich dort eine Stunde langweiligende Standort des Opportunity Vergnügungspalm. Der Ficker verliert den Schreck. Welch wunderschönes Elend. Okay, aber dann ist es auch ein Wettbewerb. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Raus, raus, raus! Ich bin bereit. Der Schilder. Ich bin so, ich will nicht runnen. Ich kann sehen, Herr. Ah! Ja Ja Wusstet ihr, dass in Opportunity auf Umweltverschmutzung die Todesstrafe steht? Falls nicht, solltet ihr auch wissen, dass Kritik an den gesetzten Opportunities als verbale Umweltverschmutzung gilt. Bring die Taschenohr an! Schnell! Ich stehe wieder anhanden! Ich kann dich wiederhören! Jetzt nimm den Stimmmoderator. Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Ich stehe die Namen der Kollegen, die diese Woche bei dem Bauer sein bestraft. Arsner... Ach, ach, ach! Nichts! Guck! 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 Überraschenderweise hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Keine Diskussion, du gehst nicht ohne mich. Basta! Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Wenn das Ganze eine Falle ist, dann musst du diese Leute retten. Weil Angel gesagt hat, ich soll nicht mitkommen, gib's doch zu. Lilith, verdammt, vertrau mir einfach, okay? Wenn du drauf gehst, bin ich stinksauer. Vermerkt. Wenn du überlebst, reiß ich dir die Klamotten vom Leib. Ebenfalls, ebenfalls, vermerkt. Wir stehen direkt hier. Niemand will das hören. Los! Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Brick sorgt für Luftunterstützung von Thousand Katze aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja? Warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger, die haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu pläten und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach Thousand Katze zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Ja, ha 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 ha!